so heute geht es wieder weiter heute ein artikel von pyroart die neuen pyrokreise die es seit letztem jahr gibt der rückseite nichts spektakuläres zu sehen hier die nhm von 6,8 gramm für vier stück auch wieder die neue f1 zulassen sind vier stück hier drin enthalten sehen eigentlich ganz nett aus aber sind ziemlich schlecht verarbeitet wenn man das hier sehen kann bisschen schlecht wegen dem licht aber ich denke mal schon der plastikfuß ist auch etwas verrutscht also verarbeitung gibt schon mal einen abzug leider sehen auch alle so ähnlich aus hier auch ziemlich verknickt könnte auch feuchtigkeit hinweisen hier das ist eigentlich ganz okay der hier auch ja okay mehr kann man dazu nicht sagen und dann sehen wir uns gleich beim test und jetzt der drehrum brumm im test war weiß nicht so besonderes